Hallo! Guck mal wer da ist, endlich wieder! Meine Anna ist mit dabei heute. Wir sind verabredet und schauen was sie mitgebracht hat. Was zu essen, wie immer. Von Mama. Von Mama. Ihre Mama hat für mich gekocht. Wie cool ist das? Wir müssen jetzt sowieso ein paar Sachen tauschen, weil ich hab ihr auch was mitgebracht. Wir stehen hier jetzt auf dem Parkplatz und tauschen. Oh Gott! Mein Akku ist gleich leer. Warum ist denn der Akku leer? Ich hab extra einen neuen reingemacht. Ist ja doof. Was machst du da die ganze Zeit? Geht da die ganze Zeit in meinen Kofferraum und macht da irgendwelche Sachen rein. Die Schilds hatte ich noch mal. Die Band ist da süß. Hast du mir jetzt echt alles gekocht? Wir wollten doch gleich einkaufen. Das hast du mir alles mitgebracht. Ja, aber das hatten wir ja noch, weil wir wollten uns ja treffen. Hast du die Kiste gesehen? Ne, hab ich noch nicht gesehen. Kattong sagt mein Mann immer. Kattong. Ach du meine Güte. Damit du nicht verhungerst. Jetzt können wir da gar nicht reingucken. Ach doch da. Ja, guck mal. Meine Lieblings scharfen Nudeln im Karton. Ich bin gut ausgestattet. Achso, diese Chips. Ja genau. Die fand ich auch richtig lecker. Ich könnte noch ein paar mitnehmen. Das sind aber Schafe. Ich weiß nicht, ob das was für die Community ist. Ach und mein Rettich hast du mir auch noch mitgebracht. Du bist ein Schatz. Na ja, jetzt kannst du noch mehr kaufen. Oh ja, es ist voll kalt. Hast du noch mehr für mich? Hast du nichts mehr? Jetzt sind alle. Gut, dann habe ich aber noch was für dich. So. So kannst du nehmen. Ja. Okay, so jetzt gehen wir rein. Ja, wir haben einen Shopping Tag heute vor uns. Im Asiamarkt natürlich. Zwei Asiaten im Asiamarkt. Dann kannst du sehen, was wir so einkaufen. Und dann wollen wir noch ein bisschen essen, ne? Ja. Wie immer. Das machen wir dann später. Ich habe nämlich gesehen, es gibt frische Durien. Ich habe schon so lange keine Durien mehr gegessen. Seit der Schwangerschaft, ne? Ja. Und vorher ja auch schon nicht. War richtig brav. Aber jetzt geht es wieder los. Ach stimmt, Durien-Torte. Das gab es ja zum Geburtstag auch von Anna. Sie füttert mich immer. So, okay. Dann lass uns los. Maske hast du? Hast du? Kofferraum. Ja. Oh, es ist kalt. Mir ist kalt. Ich habe dich eben gefragt, ob du eine Maske hast. Ja, ich habe eine. Warte mal. Ich habe eine Stimme. Oh, ist das kalt. Ach, du hast es mit Wickeln hier. Ich hatte eben meine Popoheizung an im Auto. Und deswegen ist mir jetzt so kalt. Hast du dich hübsch gemacht? Ja. Findest du nicht? Weil man sagt, für einen Clown habe ich mich wirklich mit Zett geschminkt. Das sieht immer gut aus. Das sieht immer gut aus. Ich habe extra etwas länger mit den Wimpern gebraucht. Ja. Ja, Anna macht jetzt auch diese Magnetwimpern. Habe ich hier gezeigt. Sieht gut aus. Ja. Als Asiaten brauchen wir sowas. Wimpern. Ja. Du stehst vor meiner Nudelwerbung hier. Ist das meine? Ja, ne? Ja. Das ist doch hier meine. Gibt es jetzt in kleinen. Ach so. In diesen Küken gibt es hier jetzt auch. Wir teilen uns wieder einen Wagen. Oh, ich bin wieder im Paradies. Hier so eine Kiste hat mir Anna gekauft. Wie viel hat die gekostet? Wo ist meine? Ähm, da hinten. Aber das ist richtig schwer zu erkennen. Deine ist schon ausverkauft. Ausverkauft, siehst du? So beliebt ist sie. Also du musst nach diesen Enden gucken, wie die aussehen. Guck mal an hier. Also hier sind Kühe. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und? Echt gut. Na? Ja, ich sag's dir doch. Oh Mann ey. So, die ist richtig lecker. Die hast du nicht probiert, ne? Die ist doch noch mehr scharf, oder? Ja, aber eigentlich gar nicht so. Ich probier die. Also die ist echt lecker. Kann ich sehr empfehlen. Wie kostet die denn? 1,75. Oh, die ist günstig. Dann nehm ich die auch mit. Nein. Wie trennen wir unsere Sachen? Hier meine, da deine? Okay. Deine Eier. Meine Eier. Meine Schwatzen. Oder? Ja. Sind die das? Hier die. Oh Gott. Ich dachte, du bist Asiate. Du musst doch sowas essen. Nein. Das sind diese Schwatzen. Hast du überhaupt schon mal probiert? Nein. Ja, siehst du? Dann darfst du das gar nicht sagen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn Leute, die das noch nie probiert haben, schon sagen, eh. Ne? Das ist so. Das mag ich nicht. Komm, wollen wir das mal zusammen essen? Nein. Ein anderes Mal, nicht heute. Okay, dann nehm ich mit. Okay. Für ein anderes Mal. Okay. Ich erinnere dich dran. Oh nein. Aber die hier? Die sind jetzt einzig, oder? Ja. Hast du sie schon gegessen? Ja. Kann man gut zu so einer Reissuppe essen, damit es so ein bisschen nachher schmeckt. Beides das Gleiche? Weiß ich nicht. Dann heißt es Ei. Aber welche sind gekocht? Weiche? Doch, die sind gekocht. Ja, aber beide sind. Hätte ich auch gerne. Welchen soll ich mitnehmen? Oh, die sind aber auch lange haltbar. Ja, klar. Asiatische Sachen sind aber lange haltbar. Komm, welche nehme ich denn jetzt mit? Ich würde die mitnehmen, weil die sehen besser aus. Weiß ich nicht. Aber, meinst du? Komm, dann nehm ich die mit. Oh, endlich wieder hier. XXL Asiarmarkt. Willkommen. Das ist, glaube ich, eher trocken, wenn... Weißt du, diese... Ach, das sind auch Chips? Ja. Dann nimm mal mit. Ich probier die mal. Eine, ne? Ich glaube, Johann mag die. Johann will auch. Ja, nimm mit, komm. Ja, Johann ist mittlerweile auch ein Gourmet hier geworden. Von diesen ganzen asiatischen Sachen. Achso, ein Glas Nudeln brauche ich. Ich hätte gerne... Die da. Nein! Ich nehme die kleinen. Komm. Hier. Jetzt nimmst du zwei kleine. Ja. Ne, nimm mal vier mit, bitte. Hä? Dann kannst du doch klein sagen. Ne, ich mag das nicht, wenn ich die schneiden muss. Das geht immer so kaputt und dann... Du musst die brennen. ...liegt es überall. Ja, ich mag das nicht. Was sagst du? Oh. Achso, ist nur Mango. Ist nur Mango. Ist nur Mango. Ich dachte, wo ist die Durien hier? Was machst du zu? Warum machst du zu? Okay. So. Durien. Und zwar komplett eingefroren. Hatte ich ja schon mal, ne? Mhm. Glaube ich nicht so gut wie die eingefrorenen. Weiß ich nicht mehr genau. Weiß ich nicht mehr. Aber es war toll. Na ja, musst du noch aufschneiden, ne? Und das ist ja ganz schön. Ja. Das ist richtig pixig. Also da tut man sich auch weh. Dann lieber die tiefgefrorenen. Ach, jetzt haben sie noch mehr Sorten. Guck mal. Vorher hatten sie noch nur die zwei, ne? Hier steht ohne Kern, ja. Aber mich stört der Kern gar nicht. Sind wir noch alle ohne Kern? Ja? Ja. Ach so. Aber hier steht mit Kern. Ja. Aber welche hatten wir das letzte Mal genommen? Wir hatten doch noch mal. Wir hatten die beiden. Also. Ich nehm. Nimmst du? Ja, ich nehm. Dann nehm ich auch. Ja? Willst du frische oder willst du? Ich nehm aber schwarz. Ich weiß nicht warum. Aber ich krieg bestimmt Ärger zu Hause. Weil das stinkt. Den nehm ich auch. Es riecht schon. Aber frische nehm ich auch noch mit. Ich will nämlich gleich schon essen. Nicht erst warten. Hier bei Ikea. Heute gibt's eine Lehrstunde mit Anna. Ich hab grad gefragt, warum... Also, du hast ja frischer Bambus. Und warum man das kaufen soll. Ob man das essen kann, meinte Anna, nein. Das kann man nicht essen. Sondern, das ist... Deko. Deko. Also, würde ich sagen, dieser Brust... Müsst du das kaufen? Deko? Was kommt denn vielleicht in so eine... Ah, okay. Der ist hübsch. Kann man sagen. Der ist echt hübsch. Aber die anderen, die sind ja gar nicht so gekringelt. Ja, das musst du ja, wenn du es abkriegst. Okay, vielleicht kann man den essen. Nein. Nein, ne? Okay. Gut. Lassen wir's lieber mit der Lehrstunde. Keine Ahnung. Echt eigentlich. Gemüse. Brauchst du ein bisschen Spossen? Nee, ich glaub nicht. Ja, genau. Wack Choi gibt's hier so viel. Abgetragt. Fertig. Groß und klein. Ganz toll. Alles frisch. Was ist das? Vielleicht weiß das jemand aus der Community. Das weiß, bestimmt. Na? Denk ich auch. Ah, hier. Genau. Das ist die frische. Rambutan. Dann nehm ich nur Durian mit. Ja. Ja. Ähm. Welche denn? Ist da nur ein Stück drin? Wo ist da zwei Stück, ne? Ach, das riecht hier schon. Oh, ja. Das riecht hier schon lecker. Müssen wir die erst waschen, bevor wir sie essen? Nein, die ist schon fertig. Meinst du? Ja. Okay, gut. Komm, ich glaube nicht. Hier, Kokosnuss? Ja, Kokosnuss. Hat Justus gesagt, ich sag Kokosnüsse. Ja, mit ne Kisten. 2,99 Euro. Sind die hier günstiger als im deutschen Supermarkt? Wir verkaufen eine Kiste. Wie viel sind denn da drin? Also ich schätze hier sind... Hier eher neun. Neun. Neun Kokosnüsse. Na ja, ihr seid ja schon viel. Also... Dann reicht das für? Drei Tage. Ja. Oder so. Wie viel kostet das? Ich glaube, das kostet trotzdem... 23... 23. 23 Euro. Neun Stück. 2,99 Euro pro Stück. Ich weiß nicht, wie gerne... Trinkt ihr das gerne? Ja, wir trinken sie ständig. Also... Warte mal. Ey, kriege ich das in meinen Kofferraum? Bist du verrückt? Ja. Machst du das gerade wirklich? Pack sie mir einfach so eine Kiste mit ein. Ach, Justus. Okay. Gut. Oh Gott. Was ist das? Das ist richtig süß. Ach, das ist einfach so zum Essen, ne? Mein Gott, das ist so typisch... Asiatisch. Aber richtig süß, ne? Ja. Wollen wir das mitnehmen? Viele E´s. Nein. Keine E´s. Keine E´s? Ein... Nur ein E. Nur ein E. Bananenflavor. Also ich mag das Grüne. 2 Teói. Das schmeckt besser. 2 Teói. Hier, nimm mir mit 2. 2. Nimmst du jetzt 3 mit? Ja. Voll so. Die müssen ja richtig lecker sein, ne? Meine Familie isst die auch. Okay. So, Ingwer gibt es hier im Super-Mega-Großpark. Das ist das Tolle am Asiamarkt, ne? Also falls du solche Sachen brauchst, Ingwer, Sternanis oder sowas, was es im deutschen Supermarkt nur so in Mini-Packungen gibt, dann musst du in den Asiamarkt. Guck mal hier richtig leckere Süßkartoffeln, ganz ganz frisch auch. Hier ist Koriander. Oh ja, Koriander. Oh ja, lecker. Also ich habe auf jeden Fall mitgebracht. Ja, gib mir. Ja, gib mir. Aber das ist lecker Koriander, ne? Ja. Weil ich kauf auch nicht so wie im deutschen Supermarkt. Ja, im deutschen Supermarkt schmeckt der Koriander irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht, weil die vielleicht essen deswegen so viele Deutsche keinen Koriander gerne, weil das so komisch schmeckt. Aber eigentlich schmeckt das lecker. Also es lohnt sich, falls du es noch mal probieren möchtest, mit Koriander dann im Asiamarkt das mal auszuprobieren. Was ist das denn? Was ist das? Ne, was ist das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also es gibt auch Sachen, die wir nicht kennen. Ja. Oder die? Ja, die Enoki-Pilze sind lecker. Ich finde, die schmecken immer so ein bisschen künstlich, die so ein bisschen größeren. Da sind die Enoki-Pilze ein bisschen besser. Und die tust du einfach wie in Hot Pot zum Beispiel mache ich das rein. Sind ja auch alles gezüchtet. Die Enoki-Pilze sind ja alle nicht frei wild wachsend. Hast du jetzt mal sowas probiert? Die kann man wohl einfach so snacken. Nein, habe ich nicht. Und diese Stinkebohnen wollte ich mal. Gibt's die hier? Stinkebohnen. Ah je, das sind die doch. Stinkebohnen. Da. Stinkebohnen. Stimmst du an oder wie? Nein, die kann man auch so snacken. Aber die sind wohl ein bisschen bitter. Spinach. Junge Spargel. Ach so, Spargel. Spargel. Ist aber sehr junger Spargel. Ist das Spargel? Ja, junger Spargel. Ne, ich glaube das Schild ist falsch. Ne. Das sieht doch so aus wie junger Spargel. Aber ich frage mich, was man damit macht. Unser Einkaufswagen aktuell sieht so aus. Ich finde das sieht schon ganz gut aus. Also das sind meine Sachen hier. Anna war noch sehr bescheiden bisher. Guck mal hier, ein Kokosflussöffner. Das ist doch nur zum Reinen. Mit dem Fluss oder wie? Ach guck mal hier. Ah komm, dann nimm das mal mit. Weil Justus macht das immer mit so einem Hackeball. Das sieht so gefährlich aus. Ja, nimm mit. Cool. Ist besser. Was machst du da? Ach so. Wir gehen jetzt erst mal das andere holen. Komm. Wir haben nämlich eben im Einkaufswagen von anderen Leuten geguckt, was die so kaufen. Und das muss ja richtig lecker sein. Und das werden wir jetzt holen. Und zwar einmal diese Sesamsüßigkeit. Die wollen wir jetzt auch ausprobieren. Muss es hier irgendwo geben. Wo war die? Das hier. Genau. Das hier hatte diese Person sogar zwei Packungen im Einkaufswagen. Deswegen nehmen wir das jetzt auch mit. Mit blauen Bonbon. Ja, das weißt du, ne? Oh ja, sehr gut. Ja. Und? Was war das andere? Das war noch irgendwas. Hier, ne? So ein Gebäck mit Honig. Oh ja. Und wie macht man das? Aufbauen. Oder? Das ist immer hier eine Kokolade. Ja, aber diese Person hat das mit Honig. Also werden wir das mitnehmen. Nehmt auch immer als Inspiration bei anderen Leuten in den Einkaufswagen zu kommen. Das habe ich noch nie gekauft. Das kaufe ich jetzt. Wir wollten nämlich wieder Tjaoze machen. Und da kann man sich das Leben einfacher machen. Indem man einfach diesen Teig fertig kauft. Also der ist schon rund. Da muss man nur noch die Füllung rein machen. Das ist super praktisch. Das ist richtig toll. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Und mal Zutaten gucken, was gesünder ist. Das nehmen wir dann mit. Hier ist Weizemehl, Wasser, Salz drin. Das hört sich gut an. Hier auch. Ja? Ja. Maisstärke, Klebweiß, Salz. Ne, das ist schon zu viel. Siehst du? Ich nehme nur Weizemehl, Wasser, Salz mit. Jetzt willst du es auch haben, ne? Ne, weil ich gar nicht weiß, was ich das nehme. Was? Du hast es noch nie Tjaoze gemacht? Nein. Anna, ich muss dir noch so viele Dinge zeigen. Was ich gerade sehr enttäuschend finde, ist, dass diese Sanddorn kandierten, dass es die nicht mehr gibt. Die gab es ja hier tiefgekühlt. Und jetzt sind sie weg, meine leckeren Dinger. Dafür bin ich hierher gekommen. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich bin richtig traurig jetzt. Guck mal, hier können wir auch noch mal kurz gucken, was diese Person gekauft hat. Auch ganz viel Instant Nudeln. Okay. Sie sind. Sie essen. Sie essen. Sie essen. Das brauche ich wieder. Nachschub. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, welche Größe soll ich nehmen. Die da? Guck mal, wie groß ist die denn? Die ist aber schwer. Wie fehlt denn da drin? Oh, 2,8 Kilo. Boah. Ne, das ist richtig viel. Okay, 1 Kilo. Die mag ich so gerne zum Kochen. Die ist so lecker. Das ist so was typisch koreanisches. Aber sehr, sehr, sehr lecker. Kann ich sehr empfehlen. Die mache ich auch immer in diese scharfe Nudelsuppe mit rein. Guck mal, da ist gar kein Geschmacksverstärker drin, ne? Also das ist die gesunde Würzvariante anstatt von den, die in den Nudeln drin sind. Weil die benutze ich aber nicht. Gerade so für die Kinder finde ich das besser, wenn man so ein bisschen natürlicher schärft. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Ich hätte das von uns vergessen. Vor Aufregung. Ja, vor Aufregung. Das finde ich auch lecker, diese... Ist doch dieser Rettich, oder nicht? Eingelegter Rettich auch. Ich dachte, was es in Sushi gibt, aber das kennst du ja nicht. Nein. Anna isst keine Meeresfrüchte. Aber sie isst trotzdem meine Freundin. Danke. Das habe ich letztens erst gezeigt. Tomatenbrühe. Welche ist denn die Tomatenbrühe hier? Das haben sie gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist das die Hot Pot Brühe, die ich empfehlen kann. Aber ich back die Tomatenbrühe gerne und die Klare Brühe, die ich gerade nicht finde. Naja, auf jeden Fall sieht sie so aus. Nur mit Tomaten dann drauf. Jetzt geht's los. Riechst du das? Ja, ich riech's. Es riecht so gut. Erstmal Hände desinfizieren. Guck mal, Anna hat... Oh! Ist ja zum Sprühen. Ja, ich finde das viel besser als diese Gels. Findest du... Ich hab sowas gar nicht. Ja, hier. Guck mal. Ich finde das viel besser als diese Gel-Dinger. Riechst du das? Riechst du das? Jetzt können wir loslegen. Mit Essen. Was wollen wir erst essen, Anna? Isst du erstmal eine Frühlingsrolle? Ja, okay. Ich hatte noch kein Frühstück. Aber klar. Ja. Und dann Doreen? Ja. Kannst du schon mal auspacken. Guck mal. Oh, lecker. Was ist da drin? Fleisch? Ja. Und Gemüse. Stimmt. Ich liebe deine Mama. Ich sag's mir liebe Grüße. Ja, sag ich ihr. Ja. Ja, aber nicht nur für dich, ne? Ja. Ich sag's ja noch nicht. Justus! Auch für euch! Nicht, dass da nichts mehr ankommt, wenn du... Riechst du das? Ihr doller Mann! Du kriegst... Im Auto. Das riecht jetzt die ganze Autofahrt so. Justus, witzig. Ja. Findest du, die meisten Deutschen sagen, das riecht so nach Zwiebeln irgendwie so. Oder das schmeckt so nach Zwiebeln. Findest du? Das schmeckt doch nicht nach. Das schmeckt nach Vanille. Aber manche sagen irgendwie nach Zwiebeln. Mein Mann sagt nach Zwiebeln. So, also ganz eklig Zwiebeln. Das ist... Richtig gut. Was ist das? Das darf man nicht essen. Ich stand da extra drauf, davor. Ja. Halbe, halbe? Ja. Bei mir ist ein Kern auf jeden Fall drin. Bei mir auch. Ja? Oh! Ich hab davon geträumt. Ja? Ich dachte, jetzt ist wieder Zeit für eine Durian. Meinst du, wenn wir den Kern einpflanzen? Du kannst probieren aber. Also, das ist die Stinkefrucht. Die kennst du schon von mir. Viele verwechseln das mit der Jackfruit. Aber das ist was anderes. Das ist die Durian. Du haust ja schon rein hier. Mhm. Du haust ja schon rein. Mhm. Ich weiß noch nie, wo ich reinbeißen soll. Einfach rein. Das ist richtig lecker. Mhm. Ich hab's vermisst. Ja, der Geschmack ist irgendwie so einmalig, oder? Mhm. Ich bin so froh, dass du das magst. Wieso? Ja, du bist meine Durian-Freundin. Eine Durian-Freundin, toll. Dann kennst du uns niemanden, der das mag. Nein! Okay, meine Geschmister mögen das auch nicht so gerne. Nee? Mhm. Die würden, also den Kuchen, den finden sie auch gut. Aber sie würden sich nie den selber besch... Mhm. So was. Ich hab' ich auch noch letztens überlegt. Hab' ich mir einfach mal so. Ja, kannst du. Ne? Ja. Einfach nur so. Mhm. Die Torte. Aber dann ist wieder nichts Besonderes. Mhm. Ich würde ja einmal nur so den und alleine so löffeln. Das Rezept verrät sie nicht, ne? Nee. Das ist geheim. Kann ich verstehen. Verstehe ich. Ich würde auch meine Geheimrezepten nicht verraten. Nee? Ich würde es nicht schlimm finden. Ja, das soll jeder machen. Ja und? Weil sie verkauft es doch. Ja, sie jetzt verkauft sie es. Aber vielleicht schafft das jeder nicht so gut. Mhm. Ich würde es nicht schlimm finden. Ich finde das mit diesen Geheimrezepten... Mhm. Es schmeckt immer anders. Jeder macht das trotzdem anders. Mhm. Mehr teile ich nicht mit dir. Was? Du hast gesagt, ich bin deine Freundin. Ich habe was übrig lassen für Justus. Ich will das anders. Tasia das probiert. Ja, kannst du ihr ja geben. Ja. Bin gespannt, ob sie das macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass... Also ich glaube, dass sie diese Konsistenz, wenn sie es angrabbelt, nicht so gerne macht. Oder? Mal gucken. Bisher hat sie alles gegessen. Das ist ein Taschentuch für mich. Ich hatte nur so einen. Ja, habe ich. Du bist gut vorbereitet. Ja. Aber du bist doch auch eine Mami. Man hat immer alles in der Tasche. Ja. Da ist eine Riesentasche dabei. So, nächstes. Was kommt als nächstes? Ja, das Getränk, ne? Große Empfehlung. Ja, willst du trinken schon? Wir haben gar nichts normales zu trinken gekauft. Weißt du nur... Möchtest du Wasser haben? Ich habe einen Kofferraum. Ja, das wäre gut. Oder Apfelschorne. Ja, gleich. Hier das hier. Oh ja. Jetzt, dass wir eigentlich nicht hätten gekauft, aber... Ja. Nur weil du das im fremden Einkaufswagen... Das ist bestimmt lecker. Ne, das ist bestimmt ein Blombenzieher. Aber du kennst das doch schon. Du hast es schon mal probiert, hast du gesagt. Ja, aber ein dünner. Mach mal deine Haare so ein bisschen. Mach dich mal hübsch. Ich bin doch ein Schatz immer. Ja, du bist auch immer hübsch. Ich krieg das nicht auch. Kindersicherung. Ja, bitte. Anna hat noch nie Raclette gegessen. Ja, du wolltest uns ja zum Raclette. Ja. Ein Name, ne? Ja. Wollte ich eigentlich. Und dann nimmt man verschiedene Käsesorten, oder was nimmt man? Oder extra Raclette-Käse. Es gibt doch... Ja. Schmeckt das anders? Ja. Extra Raclette-Käse. Anna kennt das nicht. Ist das was typisch deutsches? Ne, ich glaube es kommt aus irgendwo Schweiz oder so. Das ist Fondue. Wir sind so Spezialisten. Das ist ja hart. Ich dachte, das ist so was zum Grauen. Ja, ich habe gesagt, das ist ein Blombenzieher. Das ist so, wenn ich jetzt einen Zahn verliere, ne? Ja. Ja. Ich auch nicht. Aber irgendwas hat das. Ja, kannst du auch nicht aufhören, ne? Gleich wegen dem Sesam. Schmeckt gut. Doch, ich kann mir vorstellen, so abends, weißt du, vom Fernseher und dann so ein Ding. Oder fünf. Bei euch geht gar nichts unter fünf. Und jetzt Stinkbohne hinterher. Die isst man einfach so? Ich glaube schon. Habe ich auch noch nie probiert. Ich weiß noch nicht, ob wir die erstmal waschen sollten. Ich guck mal, ob ich eine Wasserflasche habe. Wolltest du auch Apfelschorle? Mhm. Ich liebe sie. Sie kümmert sich immer um mich. So wie Justus. Die beiden kümmern sich immer um mich und gucken, dass ich alles habe, dass es mir gut geht. Das finde ich toll. Das ist mir gut. Doch, große Empfehlung. Hier. Beim nächsten Asiamarktbesuch. Probier das mal. Dann sagst du mir, ob es gut schmeckt. Nein, Wasser habe ich nicht. Ich habe nur 50 was. genug? Dann lieber nicht. Dann lieber nicht. Okay. Probier dann zu Hause. Alleine. Mit Justus. Nein, wir essen nicht die Eier jetzt. Ich habe Angst. Oh nein. Stell dir mal einen Kanal und nicht mal den Mund richtig ausspülen. Das hat auch so einen mega Geschmack. Ja eben. Und wenn das nicht schmeckt, du isst doch jetzt nicht so ein ganzes Ei. Ja, man muss es eigentlich auch mit so ein bisschen Sojasauce machen. Ja, okay. Aber sonst esse ich es so. Also ohne Reis. So, Snacken, zum Fernsehgucken isst du das. Okay, das dann. Das hast du ausgesucht. Das muss ja wohl schmecken. Das schmeckt auch. Huch. Ich habe meine eingepackt. Huch. Ich habe meine eingepackt. Das schmeckt? Also ich meine. Das ist aber super süß, ne? Mhm. Das heißt Niengau, glaube ich. Also das ist so Klebereis-Zeug. Oh, das sieht irgendwie eklig aus. Gar nicht. Das schmeckt. Das schmeckt. Guck mal. Ist es gesund? Nein, gesund ist es wahrscheinlich gar nichts. Mhm. Mhm. Das schmeckt. Richtig süß, ne? Ich mag es. Gut, dass wir nicht immer denselben Geschmack haben. Ich mag es nicht schlecht. Ich mag es nicht schlecht. Ich mag es ein bisschen künstlich. Ein E ist ja auch drin. Aber es ist süß. Ich finde es gar nicht schlecht. Aber ich würde es nicht nochmal kaufen. Kannst du meine haben, die ich da noch hinten... Oder ich nehme sie mit für meine Kinder. Nee, ja. Und warte ab. Vielleicht nächstes Mal sagst du, hm, doch, den Geschmack würde ich nochmal haben. Ja? So wie bei der Durie? Ja. Okay, ich versuch's. Ich nehme das auch nicht jedes Mal mit, aber manchmal denke ich, hm, diesen Geschmack... Ja, doch. Zum Glück haben wir nicht den gleichen Geschmack, weißt du? Dann würdest du mir nicht alles wegessen. Und das hasse ich. Das würde ich. Und das hasse ich an. Das ist genauso wie mein Sohn. Keiner mag die Sachen. Es kommt aber immer nur der Kleine. Kann ich was abhaben? Und ich teile echt auch nicht gerne. Also, das ist ganz gut. Wir sind die besten Mütter. Käsegeschmack haben wir schon mal nicht denselben. Das haben wir schon festgestellt. Ja. Also alles, was ich nicht mag, mag sie. Ja. Beziehungsweise alles, was ich mag, mag sie nicht. Aber wieso kannst du das mögen? Das schmeckt so komisch, scharf, so richtig stinkemäßig. So... Ja, wie soll denn Käse sonst schmecken? Ja, aber nicht so stinkemäßig. So richtig. Und du hast gerade eine Durien gegessen. Ja, das ist was anderes. Also, man weiß ja, wenn man den Kühlschrank aufmacht und es stinkt, so schmeckt manchmal der Käse, den du dir aussuchst. Nein. Nein. Also, wir reden hier über die... Rote. Rote Hexe. Nee. Doch. Rote Hexe. Rote Hexe und scharfen Max. Zum Beispiel. Das magst du sie nicht. Nee. Hast du den Kaltbach schon probiert? Nein, habe ich nicht. Der ist wirklich gut. Der ist cremig-würzig. Hast du denn diese Creme da, diese Marmelade, weißt du? Achso, ja, ja, die ist lecker. Oh! Grüner Senf oder nee? Feigensenf? Feigensenf. Das schmeckt gut. Ist schon leer. Muss ich neu kaufen. Ich esse zum Beispiel auch Nutella mit Käse gerne. Das habe ich noch nie probiert. Aber ich bin offen für alles. Ich glaube schon, dass viele das essen, Nutella und Käse. Frischkäse mit Marmelade oder Käse mit Marmelade essen viel. Aber mit Nutella habe ich das noch nie gehört. Doch. Probier mal. Okay. Aber nicht diesen scharfen Max. Also nicht so ein Käse. Fang mit einem normalen Stück Gouda oder irgendwas Milderes. Also nicht so stinkelmäßig an. Ich mag nicht Mildere. Verstopft so. Ist ja auch Klebreis. Hast du noch? Ja, okay. Und das? Das kennst du schon. Warum haben wir denn mit Süß? Süß und... Nein, das esse ich auch nicht. Warum? Das mag ich auch nicht so gerne. Semdorn-Süßigkeit. Es ist gut, dass wir nicht immer den selben Geschmack haben. Du magst... Hast du es schon mal probiert? Oder ist das wie bei den Eiern? Du hast es noch nie probiert, aber magst es schon nicht. Ich glaube, ich habe das schon gegessen. Na gut. Ach, Glück gehabt. Gut, dann das hier, ja? Okay, aber das hat auch Eigenblätter, ne? Hatten die so Eigenchips? Oh, jetzt habe ich aber nicht geguckt. Doch, hatten sie. Hast du echt aufgegessen? Na, ich mag das. Mal ja. Ich würde es ja auch nicht jeden Tag essen. Pack aus. Das ist scharf, glaube ich. Ja? Ja. So, das kommt noch. Da meinte die Anna, hm. Nicht, dass wir uns gleich blamieren, weil wir das nicht aufkriegen. Guck mal, hier ist auch noch was drin, so was komisches. Oder was ist das? Darf man das auch nicht essen? Äh, du weißt nicht, was das ist. Du bist doch Asiate, du hast doch schon öfter solche Sachen aufgemacht. Nein, habe ich nicht. Nur, weil man Asiate isst. Also nein, das darf man nicht essen. Sorry. Das ist doch dieses, wie nennt man das denn? Ja, wenn das Wasser irgendwie Feuchtigkeit aufsaut. Weißt du es ja doch. Aber ich habe das noch nie im Essen gesehen. Doch, in so Fertigessen, asiatischen Dingern ist das oft drin. Dann habe ich noch nie genug asiatisches Fertigessen gekauft. Ich habe das noch nie. Im Essen habe ich dieses Ding noch nie gesehen. Bei Klamotten, ja. Aber im Essen. Im asiatischen Fertigessen. Also, ich glaube nicht. Hast du das im deutschen Essen oder irgendwo gesehen? Im deutschen Essen nicht. Im asiatischen? Ja. Ich habe es das auch noch nie. Das ist normal. Das ist nicht normal. Das müssen wir verstecken. Warum? Ja nicht, da ist mein Baby da. Das schmeißen wir alles gleich weg. Achso, okay. Okay, hier. Geht los. Oh, ich hasse eigentlich Eigenblätter oder so, ne? Riecht auch nicht so gut jetzt irgendwie. Was ist dazwischen? Keine Ahnung. Puffreis oder so. Okay, ich fange an, ne? Ja, mach. Can you handle the heat? Can you handle the heat? Nein. Offensichtlich nicht. Nee? Es ist ein Schaf. Und zweitens. Das schmeckt voll nach Fisch. Also, perfekt für dich, ja. Oh Gott. Anna leidet. Ich esse nicht. Ich esse nicht. Ja, ich liebe es. Komm, dann gib mir deins. Nee, ich esse nicht deins. Ich habe schon angekaut. Oh, das stinkt auch. Algen. Ich weiß nicht, wie man sowas mag. Algenblätter und so. Du hast doch eben noch gefragt, ob es Algenblätter gibt. Ja, aber das schmeckt ja richtig danach. Richtig toll. Oh, gib das mal nachher. Also, gib uns nachher mal Justus. Aber das schmeckt so scharf. Ja, richtig scharf. Ich habe nur so ein kleines bisschen abgebissen. Komm rein. Das brennt. Das schmeckt auch nicht. Ja. Also, bitte nicht kaufen. Nein. Das schmeckt nicht. Das kann ich nicht empfehlen. Okay, komm. So musst du nicht. Findest du auch, das schmeckt doch doll fischig. Naja, es sind halt Algenblätter. Hast du schon mal die Algenblätter so gegessen? So schmeckt das halt. Also, ich habe das in Sushi mal so ein Blatt gegessen. Aber so kann ich mich gar nicht erinnern, dass es so doll eigentlich schmeckt. Warum isst man denn sowas? Komm. Wie komm? Ich esse das nicht. Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Ich dachte, wir machen jetzt ein lustiges Video. Ne, das esse ich nicht. Also, ganz ehrlich. Das ist wirklich scharf. Also, das nicht ohne. Gut. Jetzt habe ich das. Komm. Mach nochmal dasselbe, bitte. Das war schon peinlich genug. Aber, wie geht das denn? Also, wir versuchen jetzt. Anna meinte, die sind irgendwie im Trend oder so. Gewiesen. Das ist bestimmt schon vorbei. Ach, das ist schon vorbei. Diese Flaschen hier, die man irgendwie besonders öffnet. Mach doch einfach das, was da drauf steht. Da steht nicht drauf. Da sind Bilder drauf. Du musst das irgendwie runterdrücken. Ja, aber... Aber du musst es ja irgendwie trennen. Aha, okay. Ja. Ich zeig dir, wie es geht. Hier ist so eine Kugel. Ja. Und jetzt... Zeigst du mir, wie das geht. Ah! Oh, hast du das gesehen? Ne, das habe ich nicht gesehen. Oh, riechst du das? Da ist noch eine Kugel drin. Ja, jetzt mach du mal. Oh, jetzt riech ich auch eine Kugel in mein Getränk. Ach, das war echt schwer. Also nichts für Kinder. Ja, deswegen, das steht da drauf. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Das ist, weil da so viel Zucker ist. Ah, Zucker ist. Jetzt bin ich aber gespannt, wie es schmeckt. Ich auch. Ich habe Litchi. Und du? Ich habe doch Orange. Du hast mir ja Litchi weggenommen. Ich wollte ja eigentlich Litchi, aber... Aber es riecht schon so. Künstlich? Warum ist das bei mir nicht getrennt? Ja, musst du selber machen, ne? Guck doch mal die Anleitung an. Das geht ja nicht. Ja, mach mal. Jetzt habe ich es. So, okay. Und jetzt einfach reindrücken, oder nicht? Ja, einfach. Einfach. Und dann sprudelt das. Dann muss ich das zeigen. Pass auch. Kann man das so sehen? Ne, kann man. Hast du Angst? Hast du Angst? Nein, ich schaffe nicht. Das geht ja gar nicht. Ja, siehst du. Und ich habe gesagt, es wird peinlich. Das geht nicht. Doch, das geht. Ich geh... Oh! Ich habe mich aber auch erschreckt. So. Ach, die bleibt jetzt... Guck mal hier. Das ist so dünn. Und dann bleibt sie da. Ja? Ja, irgendwie. Und jetzt kann man es trinken. Kann man es dann auch wieder zumachen? Na, das hält nicht richtig. Das kann man gar nicht mehr zumachen. Ja, oder? So ist das andere. Komm, jetzt trinken. Jetzt müssen wir aber sagen, wie es schmeckt. Okay. Kommt ja gar nicht raus. Kommt kaum was raus, ne? Wieso? Wie... Ja. Ja. Gut. Meins schmeckt jetzt einfach so... Meins schmeckt so... Wie Fanta. Ja. Meins schmeckt so... Ein bisschen... Also... Nach Wasser und ein bisschen so litschi. Also... Sieht wohl schon irgendwie... Verrückt aus. Und wofür ist jetzt diese Kugel? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Da ist ja Kohlensäure drin. Die hat das einfach so zugehalten. Ja. Das kann man auch mit einem normalen Deckel. Das ist halt das Coole. Ach so. Trend. Trend. Frag mal deine Kinder. Ja, ich frag sie mal. Aber... Also das Öffnen ist schon irgendwie cool. Ja, ist schon cool. Nur das habe ich noch. Aber darauf hast du keine Lust. Nee. Dann mache ich das zu Hause. Tamarinde. Tamarindenfruchtfleisch. 30 Prozent. Ob das schmeckt. Na ja, mit Zucker. Schmeckt alles. Nein. Auch mit Zucker schmeckt nicht alles.